7.07 Uhr und auch große Mädchen weinen mal Mimosa, Big Girls Cry, hier ist mehr Radio der Start in diese neue Woche und heute haben wir gerade schon festgestellt, gibt es das A-Team im Studio, André und André, genauer gesagt, also mich kennt man natürlich als den Gottschalk und ihn kennt man eigentlich auch eher als den Feuerwehr Willi und zwar der Ortsbrandmeister aus Vesberg, André ist bei mir, schönen guten Morgen, geh ruhig nah ran ans Mikrofon, das beißt nicht und wir haben gerade schon mal so einen kleinen Auszug gehört, wir hören auch noch mal kurz rein in dein YouTube-Video, das, das ich als Erster gesehen habe. Du bist Autofahrer und hast das Lenkrad nicht nur zum Bizeps zeigen, dann bist du hier bei Feuerwehr Willi genau richtig. Und das war so ein Video, das mich dann doch schon sehr, ja, was ergriffen ist, vielleicht das falsche Wort, aber Rettungsgasse, großes Thema, immer wieder, leider, man sieht es bundesweit, Kameraden, die da teilweise das auf Video aufzeichnen, was sie für einen Alltag haben, was sie sich auch manchmal anhören und ansehen müssen und wenn man so richtig da irgendwie auch mal so ein bisschen auf der anderen Seite Verständnis für zeigt oder vielleicht auch die Rücksichtnahme. Wie bist du denn, war Rettungsgasse das Thema, wie bist du zu YouTube gekommen? Nee, Rettungsgasse kam ja später das Thema. YouTube bin ich zugekommen, ich hatte erst angefangen Dokumentationen zu erstellen, wie man Thema Trinkwasserschutz so in der Feuerwehr, was man beachten muss, damit das Trinkwasser nicht sauber bleibt. Da gibt es so Anleitungen und da gab es Missverständnisse. Da hatte ich ein Dokument erstellt, was relativ einfach war, ich bin halt so ein einfacher Erklärtyp und das hat so die Runde geschlagen, irgendwie nach zwei Tagen irgendwie über 100.000 Aufrufe und so und mich haben auch Feuerwehrschulen angefragt, ob die das nutzen dürfen und da war ich halt ganz stolz, ich sage, oh, da ist Bedarf und habe da eine Bedienungsanleitung gemacht, also in Videoform und da nutzt man halt YouTube und so ging das irgendwie los. Also eigentlich mit dem Thema Standrohrsätzen heißt das in der Feuerwehr, diese ovalen Gulli-Decke, wo man das Wasser rausnimmt. Okay. Und was war so, kannst du das auch so für alle, das hören ja nicht nur Feuerwehrleute zu, kurz so zusammenfassen, was war noch genau der Inhalt, also diese Anleitung? Also wir haben ja alle Trinkwassernetz, aus dem Wasserhahn kommt das Wasser, das nutzen wir auch, wenn wir Feuer löschen müssen bei der Feuerwehr. Da gibt es so diese Hydranten, das sind so diese ovalen Deckel auf der Straße, die vielleicht jeder kennt, da geht die Feuerwehr ran und wenn wir da rangehen, müssen wir da Sachen beachten, Reihenfolgen einhalten, dass wir das Wasser auf keinen Fall verschmutzen können, das machen wir auch in der Regel, aber bei manchen Lehrvideos oder Anleitungen gab es halt da Unstimmigkeiten und da habe ich halt drauf hingewiesen. Und da ging es also so weit, dass auch Feuerwehrschulen gefragt haben, die benutzen das auch wirklich. Die benutzen das auch, ja. Das ist schon krass, also ich meine, da bist du ja eigentlich von jetzt auf gleich fast schon auch zum Lehrer geworden, wenn man so möchte, also bei YouTube, es gibt so viel Unsinn, der bei YouTube irgendwie hochgeladen wird, das sind mehrere, ich glaube, ich habe die Zahl genau nicht im Kopf, aber ich glaube, es hieß mal, am Tag werden mehrere Jahre Videomaterial bei YouTube hochgeladen und da ist eben auch mal was Sinnvolles mit dabei. Oh, danke. Und da kam dann eben auch, das habe ich nicht gesagt, nein, doch, doch, aber im Prinzip, also ist es ja auch schön, ich glaube auch für viele, die jetzt mit Feuerwehr überhaupt nichts am Hut haben und sagen so, ja, Feuerwehr, das sind halt die Leute mit den großen roten Autos, die manchmal hier irgendwie die Straße zusperren, wenn ich da unbedingt gerade lang will. Ist es denn so, also wir haben ja zum Beispiel, ich habe das Thema Rettungsgassen-Video angesprochen, wie sieht es bei euch aus in Fastback oder was kennst du so von Kameraden drumherum, die Akzeptanz, gibt es auch mal böse Worte oder läuft das eigentlich ganz gut? Ne, also die Feedbacks, also gerade aus Feuerwehrkreisen, sind total rührend, also ich werde viel gelobt, das ist natürlich auch Futter für mich, das freut mich natürlich auch, das treibt dann auch so ein bisschen an, also da möchte ich mich auch an der Stelle bedanken, weil die Community ist wirklich sehr rücksichtsvoll zu mir, also die ist wirklich super und ne, eigentlich die Feedbacks sind durchweg eigentlich positiv. Klar gibt es mal auch fachliche Diskussionen, ob man das so macht, Missverständnisse zu fragen, das finde ich aber total in Ordnung, ich mache auch nicht alles richtig, aber wenn dann Fragen kamen, habe ich meist darauf nochmal ein Video gemacht und das noch weiter erklärt, was da nicht ganz eindeutig war und so sind halt auch mehrere Videos dann entstanden. Ist es dann vielleicht auch schon so, dass du angeschrieben wurdest von Leuten, die jetzt außerhalb der Feuerwehr unterwegs sind, die sagen, oh das klingt aber spannend, das bewegt mich oder das treibt mich vielleicht auch dazu, vielleicht mit der Feuerwehr ein bisschen mehr irgendwie mich zu beschäftigen, vielleicht ganz und gar zur Feuerwehr zu gehen? Ja, schön, dass du das fragst. Ich habe ungefähr in dem halben Jahr jetzt rund 20 E-Mails, wo ich neu zutritte bei der Feuerwehr, aufgrund meiner Videos habe und auch so eine Handvoll Leute, die sagen, ich habe länger schon keinen Lehrgang mehr gehabt, muss jetzt wieder auf den Feuerwehrlehrgang nach 20 Jahren und bin froh, dass ich mal richtig auffrischen konnte und alle Videos durchgeguckt und das sind so total niedliche E-Mails. Da kommen doch sicherlich auch so Anfragen, Mensch, hier das und das, kannst du das nochmal erklären? Auch, ja. Das ist ja natürlich auch schon spannend, macht schon Spaß. Es ist also ein guter Kanal für alle und eben auch für diejenigen, die sagen, ach Mensch, mit Feuerwehr habe ich mich noch gar nicht so beschäftigt, finde ich ganz spannend, große rote Autos fahren und vielleicht Häuser löschen oder andere Sachen machen. Wir werden auch gleich nochmal ein bisschen näher darauf eingehen, was man bei der Feuerwehr vielleicht auch in Fastback so treibt den ganzen Tag und wie man vielleicht auch mitmachen kann und natürlich auf der anderen Seite, wie so der Alltag als Feuerwehrmann rund um Steinhuder Meer ist, gerade vor allem im freiwilligen Bereich, denn die freiwilligen Feuerwehren ist ja quasi das Netz, auf das wir aufbauen hier in der Region rund um Steinhuder Meer und das darf man oft nicht vergessen, dass da Leute stehen in ihrer Freizeit, die da wirklich nicht nur ihre Zeit, sondern manchmal auch ihre Gesundheit aufs Spiel setzen. Ja, das stimmt. Reden wir gleich drüber. 7.16 Uhr, einen schönen Start in diesem Montag heute mit dem Studiogast Feuerwehr Willi aus Fastback und wir hatten gerade schon mal kurz so ein bisschen drüber geredet, also die Resonanz auf deine Videos ist natürlich immens hoch, die teilen sich wie blöde und die Leute, die lachen nicht nur drüber, sondern die nehmen tatsächlich auch ein bisschen was mit aus den Videos raus. Wie ist das denn in der Realität? Also auf der einen Seite haben wir natürlich die YouTube-Videos, auf der anderen Seite steht natürlich die Realität. Ich hatte es gerade schon mal angeschnitten, es ist oft so, dass man zumindest den Eindruck gewinnen könnte und hin und wieder ist es zumindest bundesweit ja auch so, dass Feuerwehr oder auch Rettungs- und Hilfsdienst immer wieder damit konfrontiert sind, dass die Leute nicht so ganz verstehen, was man da eigentlich macht. Also dass man zum Beispiel, man parkt die Straße zu, es gab vor einem Monat ungefähr erst ein Urteil, da hatte ich glaube ein RTW einen Autofahrer zugeparkt, die waren am Reanimieren eines Jungen und der Autofahrer hat es überhaupt nicht gecheckt. Der hat da gepöbelt und so und hatte glaube ich sogar den RTW dann behindert und so. Also es ist so ein bisschen die Frage, da sind Menschen unterwegs, die machen das gerade bei der Feuerwehr rund um Stein oder mehr freiwillig in ihrer Freizeit. Die opfern also ihre Zeit A für Dienstabende, müssen sich ausbilden, fortbilden lassen und fahren dann natürlich auch zum Einsatz. Wie ist so die Resonanz bei uns zum Beispiel auch im Neustädter Land, wenn ihr irgendwo unterwegs seid? Also ich finde die Resonanz hier super. Also bei uns gerade auf dem Dorf, wir sind zwar nur 400 Seelen in Festbeck, aber da ist die Unterstützung auch der Freiwilligen Feuerwehr super, also da ist jeder irgendwie ein Teil der Feuerwehr, viele Förderer, viele die mal vorbeigucken, starke Kinderfeuerwehr, ich glaube mit die zweitgrößte hier in Neustadt haben wir sogar in Festbeck und also da ist die Akzeptanz und die Unterstützung super. Ich bin mir aber nicht sicher, ob jeder wirklich auf jedem Dorf weiß, dass wenn es mal brennt, wirklich die einheimische Feuerwehr kommt. Ich habe schon oft gehört, dass die denken, es kommt dann irgendeine geheime oder die Berufsfeuerwehr aus Hannover jedes Mal, wenn es brennt. Die wissen glaube ich alle gar nicht, dass das die Ortswehr im Ort ist, die als erstes da ist und der Chef im Ring ist, die sozusagen den Einsatz leiten. Ja klar, der Ortsbrandmeister in dem Fall du, der dann eben dann vor Ort ist. Für Festbeck das dann macht, richtig. Und ich meine auf der anderen Seite ist es auch so, dass gerade die Ortswehren, da gibt es ja auch immer, also wir haben früher beim Rettungsdienst, habe ich irgendwie mitbekommen, wir hatten auch so ein paar Ortsfeuerwehren da, wo ich Dienst getan habe, da hast du irgendwie das Gefühl, okay, die, ich kenne das, dass es immer mal so ein bisschen die Runde macht, die sitzen da, die trinken und die freuen sich irgendwie und tatsächlich, also ich kenne eine Ortswehr aus dem Heimatkreis, aus dem ich komme, da hätte ich gesagt, die kriegen nicht mal ein Streichholz aus. So, das ist jetzt Zeit für Werbung. Ja, ja, aber ist das so, wird man damit konfrontiert, also auch mit so einer Stigmatisierung? Natürlich, dieses klassische Bild gibt es, aber es sieht immer keiner die Zeit davor, man kommt ja meistens vom Einsatz zurück, man ist ja mehr wie nur Freunde, man sind Kameraden oder man hat gerade was erlebt, wo wir eigentlich nur intern drüber sprechen, was man ja auch in gewisser Weise auch verarbeitet und das ist ja im Rettungsdienst genauso und dann sitzt man danach mit engen Freunden und trinkt einen Kaffee, Wasser und wenn einer ein Bier in der Hand hat, ist natürlich gleich wieder, ah, aber dass man das privat auch macht, auch wenn man eine Stunde später im Garten Rasenmäht und Bier trinkt, da fällt es nicht auf, aber wenn man es nicht gut versteht, da seid ihr mal ein bisschen schade, aber ich glaube, mittlerweile verstehen die Leute, dass das höchst professionell gemacht wird. Ich glaube, das ist auf der anderen Seite natürlich auch das Ding, dass man die Feuerwehr, wenn man dann erstmal merkt und sieht, okay, das sind halt die Nachbarn, die da zusammensitzen. Ja, natürlich. Das sind halt die, die irgendwie dann aus Sorge ums eigene Dorf da sitzen und sagen, okay, ich habe natürlich Spaß dran irgendwie an Technik und am Helfen und am Machen und am Tun, tun, aber man darf ja auch nicht vergessen, dass da auf der anderen Seite genau dieser Wille steht, das eigene Dorf irgendwie zu erhalten. Also ich meine, wenn es brennt, dann brennt es und wenn es richtig brennt, dann brennt es richtig und am Ende des Tages, wer weiß, was da für ein Schaden kommt. Ich glaube, jeder hätte auch eine gute Ausrede, dass er jetzt mal keine Zeit hat. Ich glaube, da hätten wir alle gleich viele gute Argumente, die wir präsentieren können, aber es ist halt, der Ehrenamtliche stellt das halt mehr nach vorne und sagt, ich gehe zur Feuerwehr und ich mache das, weil mir das jetzt gerade wichtig ist, dann gehe ich halt mal nicht zu der nächsten Geburtstagsfeier, dann, die Prio ist halt anders bei Ehrenamtlichen. Wir wollen ja auch gleich nochmal drüber sprechen, über ein paar Inhalte aus deinen Videos, wir wollen ja aus der Sendung heute auch noch ein bisschen vielleicht was lernen und was mitnehmen, das ist ja dein guter Job als Feuerwehr-Widdy. Okay, danke. Und ich meine, deine Videos haben es ja, was du gerade schon gesagt, an Brandschutzakademien irgendwie geschafft, da wird sich das angeschaut als Lehrfilm, als Lehrmaterial. Auch in Ortswehren? Habe ich auch schon gehört, dass ich Unterricht schmeiße an Kameradschaftsabenden? Aber dann könnte ja die ein oder andere Ortswehr durchaus sagen, wenn wir hier Sutterhof oder Pockenhagen so, Mensch, Feuerwehr-Widdy, komm mal aufs Festbeck rum und erzähl uns das. Also der Aufruf quasi an dieser Stelle für alle Feuerwehr-Kameraden und Kameradinnen natürlich und die Ortsbrandmeister, die sagen können, ey Mensch, Feuerwehr-Widdy aus Festbeck, komm mal rum, erklär uns mal die Welt. Durchaus ja auch ein bisschen angenehmer als so stumpf irgendwie aus dem Buch. Ja, aber das ist jetzt nicht mehr Wissen, das ist vielleicht mal ganz lustig, aber die sind schon alle super fit, also ich glaube, denen kann ich nichts erzählen. Achso, das wollte ich jetzt auch niemandem unterstellen, dass da jemand irgendwie kann. Aber Furz und Ausbildung ist natürlich wichtig und wenn man es mal irgendwie auf eine andere Art und Weise machen kann, warum nicht, kann man ja ausprobieren. Und es scheinen ja auch einiges zu tun, so auf der anderen Seite. Ja, schon richtig. Also als Ehrenamtler hat man natürlich irgendwie ganz viel zu tun, auch neben seinem Ehrenamt, aber auf der anderen Seite, du hast es schon gesagt, die Priorität sitzt da natürlich hoch. Jetzt klingt jetzt sogar das Telefon, die ersten Fragen kommen schon. Also falls ihr Fragen habt, 050 32 36 36 oder ihr könnt uns auch ganz einfach schreiben, direkt ins Studio per WhatsApp zum Beispiel, da gibt es die WhatsApp-Nummer bei uns im Netz auf mehrradio.de und ja, wir gehen jetzt gleich mal ins Telefon rein und vor allem machen wir noch ein bisschen Musik für alle, die sagen, ach Mensch, jetzt hör mal auf zu sammeln, ich will gerade meinen Kaffee trinken, ganz in Ruhe, das kriegen wir auch hin. Dazu heißt es aber nicht still sitzen, sondern vielleicht ein bisschen bewegen. Zu diesem Menschen hier aus der Schweiz, das ist DJ Bobo und Everybody, der Start in diesem Montag, 7 Uhr 22, hier ist mehrradio, moin. Thomas Lizara und Million Miles, der Mann aus Berlin, ganz soweit war seiner Anreise nicht, André aus Vesbeck, genauer gesagt Feuerwehr Willi, der Ortsbrandmeister aus Vesbeck, auch bei YouTube unterwegs eben als Feuerwehr Willi, ich habe es sogar gesehen mit so einem eigenen Batch oben, wo Feuerwehr Willi nochmal draufsteht in seiner Uniform, damit ihn auch jeder erkennt am Ende des Tages und du vermittelst natürlich so ein bisschen Wissen, nicht nur für Feuerwehrleute, sondern vielleicht auch für Leute, die es einfach interessiert oder die sagen, ach Mensch, das ist ja mal spannend, das sich anzuschauen, aber wie gesagt, auch Feuerwehrleute bedienen sich ja deiner Videos, um vielleicht auch das ein oder andere nochmal nachzugucken und zwar, wenn man jetzt sagen würde, alle im Neustädter Land, dann wäre die Klickzahl auf einen Schlag schon relativ hoch. Ja, Aktive sind es ja 1200 in Neustadt, also die Zahl muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, bei 29 Ortswehren, also da habe ich schon ein bisschen Mitgefühl, wenn der Bürgermeister mal Stiefel für alle bestellen muss, da muss man halt auch Verständnis haben, dass nicht alles immer so schnell geht für so viele Leute. Das ist natürlich immer so ein Punkt, also ich meine, klar, man kann schnell sagen, ah Mensch, wir brauchen dies, wir brauchen das, aber wenn 29 Ortswehren das sagen, wenn 1200 Leute sagen, Mensch, wir brauchen mal hier zum Beispiel einen kompletten neuen Satz irgendwie Uniform, der dann irgendwie, sagen wir mal, bei 1000 Euro liegt pro Mensch, dann kommt da schon so ein bisschen Geld zusammen. Ja, das stimmt. Also so 1,2 Millionen, das ist jetzt auch nicht wenig. Aber auf der anderen Seite, es gibt ja trotzdem immer wieder Probleme, mit denen auch die Ortswehren zu kämpfen haben. Was fällt dir da an? Ja gut, der Klassiker ist natürlich immer Nachwuchs. Wir freuen uns immer natürlich, wenn wir aus den Vollen schöpfen können und wenn viele mithelfen. Ich glaube, die Akzeptanz der Feuerwehr ist gut. Ich glaube, da kann ich mir nicht mehr Unterstützung wünschen, zumindest in meinem Gebiet, dass man sagt, man wird voll unterstützt, was ich vorhin auch schon sagte. Also das ist super, bitte so lassen. Aber wie gesagt, die so neuen Leute würde ich einfach die Scheu nehmen, einfach zu kommen. Und wenn jemand Angst hat, dann komme ich auch gerne mit. Das verspreche ich jedem mit. Aber die Leute sind alle toll und Kameradschaft muss man da erlebt haben. Also diese Freundschaft ist mehr als Freundschaft. Also es ist schon schön. Ja klar, man teilt ja vor allem auch viele Eindrücke, die man so im Einsatzgeschehen sammelt. Also auch durchaus Sachen. Wir haben uns gerade schon so ein bisschen off-air, wie es hier so schön heißt, drüber unterhalten. Es sind natürlich Sachen, die einen so ein bisschen zusammenschweißen, wo man auch immer wieder sagen muss, okay, das darf man nicht vergessen. Auf der einen Seite natürlich, wenn man jemandem geholfen oder gar gerettet hat, im wahrsten Sinne, dann ist so ein Glücksgefühl, so ein erhabenes Gefühl, wo man sagt, Mensch, geil, und dafür machst du das. Das hält ein paar Tage an, ja. Das hält ein paar Tage an, tatsächlich. Ich kenne das aus dem Rettungsdienst, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Sachen, die halt nicht so leicht sind. Ja, die man lernen muss zu verarbeiten, also schon. Aber das ist natürlich immer so eine Sache, die man unter den Kameraden dann bespricht. Nimmt man sowas auch mit nach Hause? Hoffentlich nicht. Also wir sind auch zum Glück so weit, dass wir auch eine Seesorge oder Nachsorge haben. Auch in Neustadt eine super Unterstützung von der Kirchengemeinde und so weiter, die uns dann auch im Einsatz direkt besuchen, wo man sich auch vielleicht gemeinsam von dem vielleicht Geborgenen verabschieden kann, auch mit einem Gebet und sowas. Also das hilft dann schon, sowas zu verarbeiten. Aber es ist zum Glück nicht der Alltag. Also zum Glück ist sowas eher selten. Das sind ja meist doch die umgestürzten Bäume bei uns im ländlichen Bereich oder Wasser im Keller oder sowas. Zum Glück diese Einsätze, die eigentlich recht angenehm in Anführungszeichen sind. Und also das sind ja auch so Sachen, ich glaube, da ist manchmal die Vorstellung auch so ein bisschen anders. Also es ist ja nicht so wie im Fernsehen. Irgendwann geht es immer heiß her und hoch her und dann hast du hier und da und dann musst du hier zu dem und das. Und also es ist schon viel auch Routinearbeit, die aber doch dann immer so kleine Feinheiten bietet, die auch so ein bisschen herausfordernd sind. Jeder Einsatz ist anders. Jeder Einsatz hat immer so eine Mini-Überraschung, aber ist ja auch irgendwie spannend. Aber das kriegen wir schon alles hin. Jetzt haben wir ganz zu Anfang, hatte ich das Video kurz erwähnt, mit dem ich quasi eingestiegen bin in die Materie Feuerwehr, Willi, und zwar das Thema Rettungsgasse. Da sitzt du da, Sonnenbrille auf und ja, die Ansprechhaltung so ein bisschen an die Coolen eigentlich appelliert. Die andere Seite vom Willi. Die andere Seite vom Willi, die Coole, die Obermotzseite, aber trotzdem sympathisch. Und die Frage ist ja, Rettungsgasse ist so ein Thema, beschäftigt euch das auch hier vor Ort im Neustadterland? Na gut, die Festbäcker Autobahn ist noch in Planung. Aber wie gesagt, an sich ist das schon so, dass ich mich selber, auch wenn ich unterwegs bin im Urlaub und da ist ein Stau, ob es um den Bauch steht oder nicht, man weiß es immer nicht, dass die Leute in meinem Meeting sagen, ja, da ist ja nichts. Und das finde ich immer gefährlich, diese Vorabentscheidung eines Nichtwissenden, ach, ich brauche jetzt keine Rettungsgasse machen. Und das finde ich halt immer schade. Also da würde ich immer gerne darauf hinweisen. Manche wissen es einfach schlicht nicht, dass man es so macht. Auch wenn die gerade aus dem Ausland hier durchfahren, da muss man vielleicht auch mal ein bisschen Hilfe leisten und denen zeigen, fahr mal rüber und zwar nett. Ja, natürlich. Das ist genau der Punkt. Man muss immer nett bleiben dabei. Aber es hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen was geändert beim Thema Rettungsgasse. Früher musste man ja schon anfangen zu rechnen, wie viele Spuren gibt es da. Muss ich jetzt nach links oder nach rechts fahren? Mittlerweile, und das habe ich jetzt bei unserer kubanischen Nacht, die wir hatten in Steinhude, nochmal mit den Kollegen von der DLAG drüber gesprochen, die dann sagten, Mensch, rechte Handregel, das fand ich eigentlich ganz spannend, kannte ich nämlich selbst vorher nicht, von wegen rechte Hand, wenn man die so vor sich hält, der linke Daumen, also der linke Daumen mit der Daumen der rechten Hand, der zeigt nach links, das heißt also, die Spur fährt nach links, alle anderen nach rechts rüber. Ich sehe das auch, ich fahre auch viel Autobahn, Freundin wohnt in Hamburg, das heißt A7, das macht immer besonders viel Spaß mit den ganzen Baustellen und auch da staut sich es immer wieder. Und bei mir geht es, also mir geht es dann auch immer durch den Kopf, du fährst irgendwie rechts rüber oder versuchst rechts rüber zu fahren, wenn du in der Mitte fährst, ist sowieso immer schwierig, weil die Leute so diese gedachte Linie, die Linien auf der Straße irgendwie so als Mauer wahrnehmen und sagen, nee, da fahre ich jetzt nicht rüber. Was denkst du, was wäre vielleicht eine Variante, wie man das vielleicht besser noch so ein bisschen in die Welt kriegt, also auch in die Köpfe? Ich weiß nicht, ob man da vielleicht durch irgendwelche Plakate darauf hinweisen kann oder einfach auf Feuerwehr Willi verweist, aber ich muss ja sagen, ich weiß zum Beispiel bei den B6 Brückenbauarbeiten, muss ich sagen, da war die Rettungsgasse wirklich echt gut, also da war ich positiv überrascht. Also da muss ich auch mal Lob aussprechen, hier in Neustadt haben das die meisten ja verstanden. Ja, tatsächlich, also ist mir auch schon ein paar Mal aufgefallen, gerade, also Rettungsgasse ist ja kein Thema und allein für Autobahnen zum Beispiel auch alles, was mehrspurig ist. B6 ist ja nur mehrspurig, da muss also auch eine Rettungsgasse gebildet werden. Das ist nur ein Thema, aber du hast auch noch ein anderes Thema mitgebracht, wir wollen natürlich auch mal so ein bisschen thematisch in so ein Video reingucken. Stichwort Kohlenmonoxidvergiftung, haben wir auch jedes Jahr immer wieder eine Meldung, zum Glück nicht immer aus dem Neustädter Land, aber zumindest bundesweit immer wieder verschiedene Sachen, die da aufsehen, erregen Leute, die irgendwie, wie auch immer sie auf diese Idee kommen, in der eigenen Wohnung, im Wohnzimmer anfangen zu grillen. Das ist natürlich ein Extrembeispiel, aber es geht auch noch anders. Aber das wird ein Thema sein und zwar gleich in knapp dreieinhalb Minuten nach Diff Hauwana mit Sinner geht es also nochmal um die Kohlenmonoxidvergiftung und vielleicht auch den Feuerwehr Willi privat gleich, also 7.43 Uhr, hier ist mehr Radio und schönen Start in diesem Montag. Diff Hauwana und Sinner, der Start in diesem Montag, 7.47 Uhr, heute mit dem doppelten André zumindest im Studio, André aus Festbeck, Ortsbrandmeister, besser bekannt natürlich, der Welt bekannt als Feuerwehr Willi, der Welt vielleicht noch nicht, aber die Klickzahlen, die sprechen ja eigentlich für sich. Du hast jetzt einige, wir haben gerade schon über das Thema Rettungsgasse gesprochen, ein Thema, das uns auch immer wieder auch medientechnisch begleitet und auch beschäftigt. Bei uns im Neustadt der Land durften wir feststellen, da sieht das eigentlich ganz gut aus. Auf den Autobahnen wird es immer so ein bisschen kritisch. Auf der anderen Seite, du hast noch ein anderes Thema, fand ich auch ganz spannend. Ich glaube, das wissen auch die wenigsten Kohlenmonoxidvergiftungen. Also das, was wirklich eigentlich das Gefährliche ist, wenn es brennt. Also für mich eigentlich auch gefährlicher als das Feuer an sich. Also jährlich sterben ja ungefähr statistisch ja circa 300 Menschen noch an Brändenfolgen und davon sind zwei Drittel, also 200 Leute an Kohlenmonoxid schon bereits vorher gestorben, bevor das Feuer überhaupt gekommen ist. Ja, das ist eben das, was ich gerade so ein bisschen flapsig nebenbei erwähnt habe. Da kommen Leute tatsächlich und die sterben dann, da bricht nicht mal ein Feuer aus, die sterben aber trotzdem, weil sie anfangen zum Beispiel zu Hause in der Wohnung zu grillen. Also, wie man draufkommt, keine Ahnung. Aber Kohlenmonoxid ist und bleibt eben auch immer gefährlich. Es gab ja jetzt auch erst vor einigen Monaten oder der Fall ist ein paar Jahre her, dass zum Beispiel auch ein paar Jugendliche ums Leben gekommen sind, die hatten so einen Gasradiator irgendwie in einer Hütte stehen, in einer Gartenhütte und da wurde auch ganz lange erst gerätselt, wie konnte das sein, was ist da passiert. Es gab eben keine Zu- und keine Abluft. Und das war eben das Problem, aber was passiert da genau? Also, in dem Video ist es ja auch beschrieben, ich habe das auch vorher gesagt, im Grundschulniveau, das heißt, so ein Grundschüler versteht, ich habe das mit so einer Lokomotive dargestellt, was im Körper normalerweise passiert, wenn wir atmen und was dann passiert, wenn man Kohlenmonoxid einatmet, dass sozusagen die Sitzplätze der Lok alle blockiert bleiben und der ganze Sauerstofftransport nicht mehr funktioniert. Das ist relativ einfach erklärt. Ja, und auch wenn man ein paar Atemzüge voll Kohlenmonoxid eingeatmet hat, auch wenn man dann gerettet wird vom Rettungsdienst, ist man nicht gleich im Grünen. Man muss dann wirklich lange behandelt werden und die Kurve wieder ins Leben zurückfinden. Also, das ist kein Spaß und bitte, bitte, bitte kauft Rauchmelder und auch mal ein Schlafzimmer aufhängen. Also, gerade im Schlaf, wenn Rauch ist und da kein Rauchmelder ist, ja, so kommt dann die Statistik zum Steigen. Ja, definitiv. Also, so ein Rauchmelder ist ja mittlerweile auch erschwinglich. Es gibt natürlich davon bis, 2 Euro bis 30 Euro kann es ausgeben, aber so ein gesundes Mittelmaß sollte einem das eigene Leben schon wert sein, finde ich. Denke ich auch. Und auf der anderen Seite bist du jetzt als Feuerwehr Willi unterwegs. Du bist natürlich auch unterwegs als der Ortsbrandmeister in Fastback, aber du hast natürlich auch ein Privatleben. Was machst du privat eigentlich? Ach, ich bin Anwendungsentwickler, also Programmierer, so wie man sich das vorstellt, Tastatur, Bildschirme die ganze Zeit und geradeaus gucken, ja. Das ist also dann doch schon mal irgendwie eine andere Nummer irgendwie. Da halt den ganzen Tag sitzen und dann eigentlich Feuerwehr ein guter Ausgleich. Ja, doch. Auch die Videos, das ist natürlich mal ein bisschen an die frische Luft kommen. Machst du die Videos alleine? Anfangs ja. Ich habe jetzt aber ein super Team von drei Kameraden auch, Feuerwehrkameraden. Das ist ja, was ich meinte, auch über die Ortsgrenzen hinaus ist man verbunden. Ich habe da den Marvin und Finn aus Helzhoff, aus der Nachbarwehr und den Moritz aus Mariensee. Also bessere Kameraden kann man sich nicht wünschen. Also perfekt aufgestellt und die Orts werden untereinander natürlich auch perfekt vernetzt und da also auch bei YouTube unterwegs. Ich bin ja sehr gespannt, ne? Also gerade wie es auch weitergeht mit dem Feuerwehr Willi. Also ich bin natürlich gespannt immer wieder aufs nächste Video. Aber vielleicht kann ich mir vorstellen, dass es noch mehr die Runde macht tatsächlich. Und vor allem, ich meine, aktive Feuerwehrleute gibt es in Deutschland ohne Ende. Und alleine die haben ja schon Interesse daran, sich die Videos anzugucken. Aber es ist, wie gesagt, darüber hinaus ja auch noch möglich, wenn man überhaupt nichts mit Feuerwehr am Hut hat, sich das einfach mal reinzuziehen und zu sagen, ach Mensch, guck mal, das ist ja spannend, das ist ja witzig und am Ende hat man sogar was gelernt. Genau und so kompliziert sind manche Sachen dann doch nicht, wie sie erst wirken. Da ist man überrascht, dass es doch so relativ überschaubar ist. Das ist ja auch meine Stärke, glaube ich, dass ich kompliziertes relativ einfach erklären kann, dass man es auch behält. Und ja, aber ich sage mal, auch die anderen Feuerwehrleute, die auch ziemlich gut sind, die kommentieren auch meine Videos und ich lerne selber auch noch dazu. Und das ist manchmal total toll, was da so an Diskussionen entsteht. Und das ist ja einfach nur, ich lege einen Grundstein und da machen wir gemeinsam noch was draus und machen vielleicht noch ein Video und das ist schon, ja. Das heißt also ganz normal, Feuerwehr Willi hat ja auch eine Internetseite. Ja, genau. Und es gibt also viele Möglichkeiten, auch mit dir in Kontakt zu treten und zu sagen, Mensch, das und das Thema fände ich mal ganz spannend. Kannst du darüber mal ein bisschen was erzählen? Immer gerne. Ja, also Feuerwehr Willi ist auf jeden Fall für euch da. Es gibt auch gleich nochmal nicht nur ein Foto, sondern vor allem auch den Link, wie ihr quasi zu Feuerwehr Willi im großen, weiten Internet finden könnt, dass ihr da nicht auszusehen die falsche Seite Feuerwehr Valdi oder so aufruft. Also wir verlinken ihn auf jeden Fall nochmal bei uns auf Facebook und ich danke dir, André, auf jeden Fall, dass du da warst. Ja, sehr gerne. Oder Willi. Ich habe ja schon gehört, Willi ist auch dein echter Spitzname. Ja, das stimmt. Können wir auch bei Willi bleiben. Meiner ist der Gottschalker Spitzname. So hieß ich auch schon in der Schule. Da hatte ich auch keinen Vornamen mehr. Also an dieser Stelle vielen Dank für deine Zeit. Heute Morgen zum Start in die neue Woche. Jetzt wird es ja wahrscheinlich gleich ins Auto und dann zur Arbeit gehen. Ja, natürlich. Von daher schönen Gruß an deinen Arbeitgeber. Vielen Dank, werde ich ausrichten. Kannst gerne öfter vorbeikommen. Und dann unterhalten wir uns nochmal über ein paar andere Themen in puncto Feuerwehr rund ums Steinhuder Meer und vor allem auch im Neustädter Land. Also ich möchte die Zahlen nochmal kurz wiederholen. 1.200 aktive Feuerwehrleute im Neustädter Land unterwegs, die also jeden Tag hier wieder bei Fuß stehen, den Pieper am Annen und sagen, Mensch, wenn das Ding losgeht, dann aber die Beine in die Hand. Und zwar ehrenamtlich und also in der Freizeit. Neben der Arbeit. Und zwar ehrenamtlich. Genau. Retten, löschen, bergen, schützen. Ganz wichtig. Also dann allen Ortswehren bei uns rund um Steinhuder Meer jederzeit gut wäre und dir natürlich auch. Immer heile nach Hause kommen. Immer. Das ist sowieso das Wichtigste überhaupt. Also von daher Gruß an die Feuerwehr. 7.53 Uhr, hier ist Meer Radio. Schönen Montag. Moin.